Heute werden wir also gemeinsam auf die Reise gehen, nämlich gemeinsam kennen wir wandern und durch das Land der Zahlen und Buchstaben. Es wird eine tolle Reise sein, glaubt mir. Und wir dürfen eure Leider leihen. Wir, das sind alle Lehrer und Erzieher, das sind auch die Erzieher des Hortes, das ist auch der Hausmeister. Alle, alle freuen sich auf euch und alle haben sich in den letzten Tagen ganz toll vorbereitet auf euch. Da wurde geputzt, gepastelt, da wurde die Aula schön vorbereitet, da wurden sich spannende Sachen übergeben.